Hi Coach, Alex von Coach Better hier. Heute zeige ich dir, wie du deine Spieler nach einem Spieltag bewerten und analysieren kannst. Wir befinden uns bereits im Spieltag und können hier rechts sehen, dass das Endergebnis 2 zu 0 für uns war. Wir haben also gewonnen. So, nun kann ich meine Spieler bewerten. Ich klicke mal auf den Stern und sehe, wie hat Patrick gespielt. Ich bewerte, was war gut, was war schlecht. Ich kann hier die Minuten hinzufügen, die er gespielt hat und auch noch eine Bewertung mittels einer 5-Sterne-Skala in Halbstern-Schritten. Ich sage mal, der Junge hat ein Tor gemacht, dementsprechend war er richtig gut und klicke auf Speichern. Nun habe ich alles in seinem Spielerprofil gespeichert und habe selbst meinen Spieltag analysiert. Viel Spaß mit deiner Analyse und viel Erfolg mit Coach Better. Ich bin der Freunde und mich immer so, dass es noch hier natürlich immer kommen, dass ich einen Tor gemacht habe und mich mal äußerst abgleich丈夫 ist. Ich bin der Tor im Schlus soy. Ich bin der Tor im Schlusst, aber ich bin der Tor. Oder ich bin der Tor im Schlusst, bitte ich bin ich seitens, Gerneig anzukn adziinander. Ich kann mir unter andeinander ausprobieren. Vielen Dank.